Eine kleine Empfehlung hier, nach der ich persönlich auch handele und die sich tatsächlich als sehr nützlich erwiesen hat. Und zwar ist es oft so, dass man nach einer Weile, wenn man ein Buch liest, gelangweilt wird, die Konzentration verloren geht, die Lust am Lesen sinkt und mit all dem auch entsprechenden Nutzen der Zeit, die man im Lesen verbringt, in diesem Umstand erheblich verringert ist. Es gibt hierfür eine kleine interessante Lösung, die vielen hilft, um aus diesem Kreis, also diesen Kreis oder diesen Zustand der Langeweile zu brechen. Wir haben hier vor uns einen Fall, einen ähnlichen Fall, einen Bericht über Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Hier wird es zitiert, oder hier wird es zitiert aus dem Buch Mifteach und Sajada von Tasha, Tasha Kubrizada. Er sagt Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, al-Kufi, al-Baghdadi, der Imam und Fakih, der Mischtehid, der Muchadis, Schüler des, der Imam Abi Hanifa. Hiermit ist gemeint, dass er nur wenig schlief in der Nacht. Nur wenig schlief in der Nacht. Layan am-Layl könnte man auch übersetzen als, er schlief nicht in der Nacht, das ist aber nicht möglich. Und aus anderen Berichten auch bekannt, dass er seine Nacht in drei Teile zerlegte. Wie es Mohammed ibn Salama berichtet, dass Mohammed ibn Hassan seine Nacht in drei Bereiche zerteilte. Ein Teil zum Schlafen, ein Teil zum Beten und ein Teil für das Studium. Auf jeden Fall, er schlief wenig. Und hier ist der Teil, der uns interessiert. Ein praktischer Lösungsansatz, um Langeweile, die entsteht, nachdem man etwas länger in einem Buch liest, zu vertreiben. Er hatte bei sich verschiedene Bücher. Er hatte in seiner Reichweite verschiedene Bücher. Wenn er von einer Art Buch gelangweilt war, griff er zur anderen Art. Und das ist der Punkt. Man sollte am Tag, es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Mensch, je nachdem wie leistungsstark er ist, unterschiedlich. Aber man sollte mindestens zwei bis drei verschiedene Bücher haben, zu verschiedenen Themen, die man abwechselnd lesen kann. Auf diese Art und Weise kann man viel Zeit ins Lesen investieren, ohne aufgrund der Langweile mehrere Stunden oder mehrere Tage zu unterbrechen. Wenn man von einem Buch nicht mehr angesprochen wird, wenn das langweilig wird mit der Zeit, was ganz normal und natürlich ist, dann greift man zu einem anderen Buch mit einer Art neuem Ansporn. Und vergeht einem die Lust hier wieder, kehrt man zu einem dritten oder zum ersten wieder zurück. Und so bleibt man am Ball. Das ist sehr nützlich. Und ich persönlich mache das auch so. Und sicherlich ist der Nutzen des Lesens so auch viel größer. Man behält sich mehr, da man einfach interessierter ist, konzentrierter. Andernfalls verflieht das Interesse und die Konzentration, bleibt auch nur wenig oder kaum etwas von dem Inhalt, den man gelesen hat, übrig. Und natürlich weist uns auch, also allgemein ist das ja eine bekannte Sache, das ist keine große Weisheit. Aber dies betrifft nicht nur das Lesen, sondern auch andere Aktivitäten des Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in dem Hadith von Anas radiyallahu ta'ala anhu, in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Moschee betrat und dort ein Seil sah, das zwischen zwei Säulen gebunden war. Und dann sagt er, man, هذا ein Habl, was ist das für ein Seil? Und man sagt zu ihm, das ist ein Seil, oder das ist ein Seil, wenn sie beim Gebet müde wird, müde wird, den Ansporn verliert, die Motivation verliert, dann hält sie sich daran fest. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist der Teil, der auch hier mit dem Interesse beim Lesen sich überschneidet. Er sagt, Nehmt es ab, ihr sollt nur so lange beten, solange ihr Kraft habt, Motivation habt. Wenn ihr müde werdet, ruht euch aus. Und genau das gleiche gilt für das Lesen. Lies, solange du aktiv dabei bist, verlierst du deine Konzentration, liest du nur noch Zeilen, ohne wirklich zu begreifen, was du liest, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du jetzt aufhören solltest. Und Abwechslung ins Lesen bringen solltest, lies was anderes. Lies etwas Unterhaltsames. Oder unterhaltsam heißt nicht unbedingt, dass es ein Roman oder ein Krimi sein muss. Manche Menschen unterhalten auch sachliche Themen, wie Historik. Lies also einfach etwas anderes und wechsel immer wieder ab, bis du dein Tagespensum, also dein Tagespensum für das Lesen, das du dir selbst gesetzt hast, erreicht hast. Ob es eine Stunde ist, zwei Stunden, drei Stunden, das ist nicht relevant. Und das ist nicht relevant.